Dieses Video wird unterstützt von OneFootball. Wer die App noch nicht hat, könnt ihr euch gerne kostenlos downloaden. Link ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Schreibt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammcard gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also, gerne abchecken. Was geht, Leute? Und herzlich willkommen zu einem neuen Freistoß, beziehungsweise Elfmeterschießen mit meinem Bruder. Das geht ab. Heute, FA Cup, Leute. Wolverhampton gegen Manu. Wir werden jeweils vier Spieler, oder beziehungsweise vier Schützen nehmen, für jeden Standard neun Schützen. Schauen wir, wer am Ende gewinnen wird, Leute. Was meint ihr? Hashtag Wolverhampton oder Wolves, wie auch immer. Und Hashtag Mango ab in die Kommentare, Leute. Schreibt es rein. Ich bin Wolves. Er ist Manu. Kleiner Vorteil für jeden, muss man ehrlich sagen. Schauen wir mal, Leute. Lasst ein Like, das gerne ab, oder falls ihr nicht abonniert habt, kostenlos abonnieren. Blog aktiviert, täglich einschalten und eine Milliarde Likes voll machen. Und Shop mal abchecken. Ja, nice Design. Schwarz-Weiß als Sicherheitspullover in Rot, Blau, Grün und Orange. Dieses Design geht. Das hier gibt es auch. Ja, Kissen, Tassen, Torn, Leute. Nice LED-Labor am Start. Handyhüllen, Bronze, Blau, Rot, Grün und gratis Autogrammkarte gibt es auch. Zur Bestellung dazu. Also gerne abchecken, wenn ihr Lust habt, Leute. Ich würde mich sehr freuen. Bleibt bis zum Schluss der Mully-Neustadion. Natürlich gehört. Wir schauen uns mal an, Leute, ab. So, flex mich weg. Ist das hier, wenn du nicht klingeln kannst. Ist auch wieder rot, direkt wieder bei dem Scherick. So, frei weg, flexen. Leute, vier Freischüsse, nee, nicht vier Freischüsse. Zwei Freischüsse, zwei Elfmeter, jeweils mit einem verschiedenen, äh, was, mit vier verschiedenen Schützen. Meine Fresse, halt, kann nicht mehr sprechen. Ihr wisst nicht mehr. Da haben wir schnell auf das gemacht, ja. Also für jeden Standard einen neuen Schützen. Ganz einfache Geschichte. Ich nehme Neves und Moutinho, denke ich, für die, äh, ja, Freischüsse. Dann muss ich diesen Remines, der hat einfach 90 Elfer, für Elfer nehmen und, äh, ja. Vielleicht hat der aber 20 Abschluss. Der Stürmer, der wird guten Abschluss haben. Ach, ist krank, Alter, 90. Okay, ich versuche einen Top-Spin, Leute. 22 Meter. Ja, könnte vielleicht was Gutes bei Rumspringen oder auch nicht, Alter. Oh, der war richtig schön, ey. Scheißdreck, warte, warte, warte. So, bleib locker, bleib locker, bleib locker, jetzt. Boah, das war ein richtig schönes Dreck. Ach, scheiße. Das war so ein... Oh, das fällt so in der Halbzeit. Ey, schade, warum gab es davon keine Wiederholung, ey? Oh, Mann, ey, der war richtig schön, halt. Der ist echt gut, Alter. Kann man mit dem Kollegen arbeiten. Mit dem kann man arbeiten. So, warte. Komm, 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 komm. Ich krieg doch keinen Spieler, ey. Du hast doch einen vorher. Du hättest nicht wechseln. Der war langer. Der war langsam. Du hast ihn direkt bewegt. Ja, der hat gelb. Jetzt nochmal, nochmal, nochmal. Jetzt bewertet er beide Gretschen. Gib ihm direkt gelb. Andreas, Andreas. Kennt ihr Andreas von Antoine? Der kleine Hund, Andreas, der Hund. Andreas. Andreas. Also. Kurz, Andreas. Das ist auch gewünscht. Mutil hat auch immer bessere Werte. Das ist nicht schlecht, aber der ist viel, viel besser, ey. Mutil ist trotzdem. Jetzt haut er das Ding komplett um. Der schätet aber geil, ey. Der schätet richtig geil. Ich bin dann überlegen. Auf Messis Tugel. Oh, Alter, was macht der? Ich dachte erst mal, der wird richtig scheiße, aber was hat der Rea da gemacht? Ey, warum? Ich dachte erst mal, der wird richtig scheiße, aber was hat der Rea gemacht? Ja, was hat der da gemacht? Ich dachte, der lässt den durch, ne? Warum war der Strich wieder so lang? Nur bei Poppa, vor allem voll dick. Der wird richtig durchgedrückt. Machen wir direkt den Elfer noch. Das hat man nicht schon mal hier bemutscht. Ja, ich kann das. Das sind alle meine Störungen, wenn ich schieße. Ja, ich kann das. Das war aber eine Astreine-Grensche, Alter. Der hat gar keinen Ball getroffen, Alter. Nur den Spieler, ey. Nicht mal ansatzweise den Ball. Wir wollten, geil. Fette Sache. Der hat nicht mal eine Sekunde daran gedacht, den Spieler zu treffen. Das ist eine fette Sache. Was haben wir hier? Eine fette Sache. Okay, schönes Ding muss man, muss man dir mal lassen. Gute Grenzen. Patricio. Ne, nicht Patricio. Xemines mit 90-11 nehmen wir gleich. Nimm ich Jota. Erstmal kennt ihr Bastian Jota? Kennst du? Bastian Jota, das Jota live. Bester Mann. Bester Mann Jota. Okay. Let's go, alter Diego Jota. Nicht Bastian, ne? Bastian Pastewka. Kennt stehen wir nicht. Legende, der Typ. Bastian Pastewka. Bra, was laber ich, ey. Nein. Ich hab dich verraten. Ich kann doch schießen, wenn ich bocke. Hör doch auf. Ich mach doch nichts. Dann machen wir direkt mein nächstes. Dann hab ich gar keinen gemacht und du alle. Wie gar keinen? Nicht in meinen Freistoß? Ich hab nichts gemacht. Du hast dann alle. Ja gut, dann machen wir erstmal bei dir, würde ich sagen. Was ist denn heute bei dir los? Ja stimmt, hast du auch wieder erreicht, ey. Zieh mal durch jetzt hier. Lauf, Alter. Lauf. Lauf, Alter. Boah, alter Bolli. Aber schnell mal schnell. Schönes Ding. Boah, alter Schiri, Mann. Dieser Schiri, ne? Ohne Scheiße, der Pfeife. Ja, Mann. Nur bei dir, Alter. Junge, was ist das? Das ist doch das Größte vor der Welt. Ey. Scheiße, das war ein Ding so. Ne, wirst du gerade? Jetzt. Bleib locken beide. Boah, Alter, das ist doch schön, Alter. Lieber schön, Alter. Ein bisschen heller, Alter. Mal ein bisschen heller, Alter. Hallo, Scholli, du Schein. Hallo, Scholli. Nur Gelb. Bei mir hat das Rot gegeben. Was soll das? Nicht übertreiben, ne? Natürlich hätte das bei mir... Guck mal die Gretsche an. Ich hab grad die Kamera an. Guck die Gretsche an. Bei mir hätte das Rot gegeben. Na gut, war schon aggressiv. Nur die Beine weggeflext, aber... Schiri? Ich mag die nicht. Ey, ich mag die nicht. 18 Meter. Saftige Sache. Rush for Topspins oder was? Rush for Topspins sind immer geil. Wenn man... Boah, Alter. Aber geile Topspins, Alter. Ohne Witz. Aber ich ziel nach links, warum schießt der in die Mitte? Ja, ich weiß. Hab ja auch nicht gecheckt. Aber die Rush for Topspins sind geil. Stimme mal vor, der war aufs Tor gegangen, Alter. Da hätte der Torwart gar keine Chance gehabt. Ja, aber warum schießt der nach links? Der nach in die Mitte? Ich weiß nicht, Alter. Der Tor ist gut, Alter. Mein Ruhe, Patricio. Der ist nicht schlecht, Alter. Das muss man mal... Muss man mal sagen. Der Unreal ist jetzt nicht so der Baba-Tyro. Ja, das ist nicht schlecht, Alter. Das ist Schlamm-Tolper allerdings. Ja, gut. Das Portugal hat jetzt auch nicht sooo viele kranke Tochter, wenn man mal ehrlich ist. Aber... Die haben wir nur ruhig, das Riesen. Die haben, glaube ich, echt nur... Ich will echt... Warte, bleib stehen. Ne, die haben einen noch, glaube ich. Boah, ich weiß nicht, ob der Portugiese ist, ey. Der spielt bei Porto oder... Ne, ich weiß, wie du meinst. Nein, weißt du nicht. Kennst du nicht? Doch, kennst du nicht? Doch, doch. Der ist richtig jung. Der ist 22 oder 21. Nein, den kennst du nicht. Ich dachte, du meinst den anderen. Ne, ne. Die haben noch ein paar andere Torhüter. Die werden schon ein paar Torhüter haben. Aber der ist gut, Alter. Der ist bei Porto, meine ich. Stimmt, doch. Der hat, glaube ich, sogar Cassias verdrängt bei Porto. Aber bei Cassias ja auch... Was hat der noch mal Herzenfaktor oder so, glaube ich? Der spielt trotzdem noch. Okay. Äh, ja. Ding hast du schon... Boah, mit Marta, Digga. Hab ich nur eingewechselt vor dem Spiel. Echt? Aber da hast du keinen mehr... Dann kannst du nicht Pogba nehmen. Dann kannst du Pogba für Elba nehmen. Machen die Wildschen. Pogba ist kacke. Der hat mich enttäuscht. Ja, Pogba-freisch. Das sind echt teilweise komisch. Egal. Mal gucken, was Marta hier jetzt raus... Boah, Zimmer! Ey, wengt der den einfach, ey. Ey, ich schwör's euch, Patricium. Hast du ihn aus dem Winkel genommen einfach nur. Okay, mach dein Elba. Patricius verrückt teilweise. Super. Jetzt krieg ich Rot mit Rashford, ey. Nein, das war doch geil. Ja, Digga. Bei dem Schiri weiß ich nicht, ey. Scheiße. Der Schiri ist echt komisch, aber das macht er nicht. Okay. So. Jetzt wollen wir mal schauen, wie dein Elba läuft. Mit Pogba vielleicht. Wahrscheinlich krieg ich jetzt noch Rot für deine Gretchen. Aggressives Ding. Aggressiv? Ja, das ist eigentlich eine glatte Rote, aber... Aggressiv. Aggressiv, so wie man das machen muss. Okay, Bowli. Gelbe Karte. Der war früher, wie gesagt, absolute Legende. Früher war der immer Silberspieler. Der Typ hatte aber 80 Tempo. Mittlerweile hat der... Der ist immer noch schnell. Der hat 73 oder so. Früher Silberspieler hat 80 Tempo gewesen. Der Typ hat 30k gekostet oder so als Silberspieler. Richtige Maschine. Aber es ist schon lange, ja. FIFA 13 oder so. Okay. Port Pogba, der den komischsten Elber überhaupt hat. Der verwirrt einen noch mehr als Neymar. Nicht schon ein Tor, Alter. Der verwirrt auch den Schützen. Ich schwör's euch. Guck mal. Was ist das, Alter? Was ist das so? Was ist das so? Was ist das? Boah, definitiv? Boah, Digga, okay. Der war auch gut, eh. Der war echt schön geschossen, eh. Muss man einen Pogba erlassen, Alter. Der hat schon hier reingezimmert, Alter. Boah, der war echt krank, ne? Ja, klar. Ich bin ja sogar in die Ecke gesprungen, aber ich bin vorhin nach links gegangen. Deswegen weiß ich nicht, aber... Du warst schon aber auf der Mitte, oder? Ich weiß es nicht. Nein, den konntest du nicht mal. Nein, nein, aber ich hätte... Weiß ich nicht, ob ich das so... Auch in der Ecke wäre schwierig geworden. Ich glaube, ich hätte ihn so nicht gehalten, weil er war schon wirklich gut mit Power und halt richtig platziert, ey. War schon ein guter Freistoß, war schon ein guter Elfer, warte mal, ich habe noch einen Elfer, ne, und du auch. Okay, machen wir erstmal meinen. Let's go, hast du Freistoß, wie viel steht denn jetzt überhaupt gerade? Keinen Freistoß reingemacht. Und ich? Oh, nicht. Ich muss einen Freistoß reingemacht, oder? Nein, hast du nicht. Ne, hab ich auch nicht, also eins zu für dich. Ne, du hast einen Freistoß reingemacht? Nein, ne, gar keine. Du hast bisher noch gar nichts reingemacht. Genau, okay, scheiße, muss ich jetzt treffen, Leute. Kriegt Maguire erstmal glattrot jetzt wahrscheinlich. Der gibt nicht mal gelbrot, ist safe, der gibt glattrot. Nein, gelbrot. Okay, Leute, wir müssen jetzt treffen, aber... Doch, der haben schon mal übrig gelassen, wir haben überlegen. Ich habe ja noch den 90er-Elfer-Schützen übrig gelassen. Äh, wie hieß der, Feminist, ne? Ich weiß nicht, warum der so guten Elfer hat. Hat der gerade rot bekommen, der mit dem Feminist. Nein, nein. Aber du hast oben eine rot bekommen. Nein, der ist auch Feminist, scheiße. Halt's Maul, ey. Ich wollte schon ein bisschen lau. Das Ding ist, Feminist, der war vier Jahre oder so immer in... Wo war der, Alter? Mexiko oder so. Der ist auch Mexikaner. Ich weiß nicht, ob der in Mexiko gespielt hat, aber irgendwie so eine schlechtere Liga. Und hat jedes Jahr, äh, was hat der für die Karte bekommen? Man of the... So viele Man of the Match-Karten bekommen, ne? Deswegen habe ich mich immer gewundert, warum holt den kein guter Verein? Und er hat, äh, Wohlwandten, den Goal, ich glaube, war letztes Jahr schon. Okay, aber dass der 90er-Elfer hatte, wusste ich nicht, ja. Ab geht's! Oh, der war richtig scheiße geschossen, Alter. Lag natürlich auch um mir. Hä? Der haut auf den Boden, das war sein Fehler. Weißt du aber, wer bei. Scheiße gelaufen, ey. Boah, was soll das denn? Nein, Junge, du musst nur einen machen. So. Ich hab doch schon. Nein, du hast nur einen Elfer. Ah, ja, ich hab nur einen Elfer. Einen Elfer hast du noch. Hier, haut das Ding raus, ey. Ey, ja, gib doch die Pille, ey. Ja, was soll ich machen, Alter? Ja, danke, ey. So, zieh durch. Ah, Alter. Warum läufst du in mich rein? Was soll ich machen? Du läufst in mich rein, vielleicht. Lauf nicht mehr aus dem Weg. Bleib einfach immer da stehen. Ja. Lauf einfach nur... Ja, du läufst in mich rein. Du Vollidiot. Was soll ich da machen? Ich komm da nicht in dich rein. Ja, ich komm da nicht weggehen. Was machen die denn da? Meine Fresse, ich dreh durch, ey. Dann kriegt Johnny halt rot, Alter. Mir egal. Warte. Alter, Mann. Patricio, du bist echt zu gut langsam. Bisschen übermotiviert wie sonst was, ey. Jetzt krieg ich rot. Ich schwör's euch. Patricio, das ist absolut übermotiviert, der Typ, ne? Der ist richtig übermotiviert. Geh ins Tor, Alter. Was machst du hier? Meine Fresse. Oh, Mann, Alter. Leute, ey. Ohne Scheiß, die regt richtig auf, ey. Hab ich schon mal gesagt, ey. Mann, dreh dich doch nicht wie so ein Kett. Ja, du kriegst ihn sonst nicht. Warte, warte, warte. Das bleibt stehen. Oh, Mann, Alter. Du bist auch so nervös immer. Ja, super. Guck mal, du, Alter. Ja, du bist allmands aus, ey. Ich wollt nur ein Stück nach rechts und dann ist der Stick wieder hängen geblieben. Alter, ich dreh durch gleich, Alter, bei diesem Scheiß. Oh, Mann, Alter, Junge. So, jetzt. Bleib locker. Meine Fresse. Der ist jetzt aber richtig geflogen, Alter. Meine Fresse, Alter. Scheiße. Otto, Alter, hä? Digga, was für Otto? Der heißt, hä? Warum hat er Otto? Ich hab doch schon gewonnen. Der heißt Johnny hat Otto auf dem Namen. Ich hab doch schon gewonnen. Ja, aber der hat Otto auf dem Namen. Warum hat er Otto auf dem Namen? Der heißt Johnny. WTF? Vielleicht gibt's einen anderen Johnny da. Nein, das ist der Johnny. Der hat Otto auf dem Namen stehen. Was ist los mit dem? Wie kommt man, der kann doch auch nicht Otto. Vielleicht Otto ist sein Spitzname, egal. Otto ist sein Nachname. Als wenn. Wahrscheinlich Johnny Otto. Nein, der hieß. Der heißt wahrscheinlich Johnny Otto. Nein, da unten stand irgendwie. Johnny oder so. Nein, nein. Der hieß nicht Johnny Otto. Junge, warum sollte der Otto mit nachem Namen heißen? Der ist Spanier, Alter. Alter, der Rea, ne? Der ist voll stabil. Leute. Ich hab nach rechts gezählt. Er schießt nach links. Das war's. Wenn es euch gefallen hat, Leute. Lasst dir ein Like, da ist gerne ein Abo da. Er gewinnt. Falls du nicht abonniert hast. Wenn ihr Bock habt, schaltet ein. Macht's gut. Und hau rein und ciao.